hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von ls 22 marschbord mit einem wunderschönen mittagrund ich hoffe es hat euch die letzten zwei folgen gefallen und da machen wir weiter wo wir das letzte mal aufgeschwärt haben und zwar das war beim grau sammeln das haben wir ja da im fermenter geschmissen schauen wir mal kurz schauen die ist drinnen zeit haben auf fünf gemächtig auch zehn mal oder auf sechs das passt dann schauen wir mal ich bin vielen dank für einen support in dieser zeit und hier auf geht gabi nur dann schauen wir mal Was dann haben wir nicht so sauber mit, aber naja, nix mehr müssen wir auf den Topfer. Schauen wir mal, was heißt nix, es steht da und rettet man ansehen, da müssen wir uns wegen die Türe schauen, was da jetzt als nächstes kommt, so 11.000 haben wir schon, dann passt es. Juhu. Oh no. Vier Bahnen, drei Bahnen, ja, Allstream einig mit, aber super wie es geht, werden wir machen. Dann schauen wir mal. Jo, der war da schon 0,7 Stunden drauf. Also, wo ist noch nix? Hm. So. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, welche Mods ihr mir noch empfehlen könnt, wenn auch überhaupt, weil irgendwas fehlt mir noch in dem Projekt. Und, wo? Ich bin gespannt, wann mal wieder AUNAS Projekt mit den Herren Kollegen LS Profi startet. Der hat momentan so viel zu tun. Er hat nix. Er hat nix. Musik Er hat sich noch ein bisschen zuUCK. A inregenden, was. Musik Musik Oh, I want to sound Ja, das ist gut. Die Rehe ist ein Radau, was gibt es denn da? Das ist ein Radau, das ist ein Radau. Ja, das ist noch nicht so gut. Oh, dann gehen wir mal kurz zu den Dingsweg, Carmen. Den genau den brauchen wir. Wir schnappen uns einmal die Palettengur. Diesmal mit meinen Kollegen nur mehr da zu Ende. Die Bienen. So wurde es nun mal voll. Dann lassen wir den mal stehen. Schnappen wir uns die Maschinen da mal. Dann geht der Leuka im HD-Raus mehr da. So wurde es mal wieder. Die Maschinen. Die Maschinen. Die Maschinen. Die Maschinen. Die Maschinen. Die Maschine. Oh, da haben wir das einmal da weggelegt. Oh, da haben wir das nicht. Untertitelung. BR 2018 Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was hier bei Nemo ist, da Nemo hat. Was kann man da überhaupt haben? Ah, da ist eine Werkstatt eingefahren. Okay, das verstehe ich noch. Da ist es mir die Kugel. Okay. 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 Jetzt sind wir wieder die Kugel zum Feld. More gibt's übrigens, more parts im Download. Okay. 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 We're going to die. So, we're going to die. And we're going to die, we're going to die. Okay. wo man denn das letzte mal hingespielt hat ja 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 So. 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 So meine Lieben, wenn ihr euch wollt, dann lasst euch gerne ein Abo und ein Like, da schaut's zur nächsten Folge wieder vorbei, bin gespannt was wir da brauchen und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, bis dahin macht's gut, ciao ciao.